Ähm, ja, hallo, bin gerade in einem League of Legends Game und das ist gerade ein bisschen komisch, weil ich sehe keine Gegner. Und es lag bei mir wie die Hölle, wenn ich Fraps starte. Ähm, ja, ich habe ja ein paar Leute bei mir in Skype, ihr könnt ja mal Hallo sagen. Nix. Servus. Servus. Ähm, euch fällt vielleicht gleich auf, dass irgendwas auf der Map passiert, aber ihr keine Gegner seht. Das ist komisch und ich möchte dieses, ich sag jetzt mal, da teleportiert einer hin, oder? Und er ist einfach nicht da, er ist einfach nicht da und ich kriege Schaden von nichts. Ey. Chiroxo is slain unknown. Also es lag bei mir gerade wie die Hölle, weil ich das eigentlich jetzt gar nicht darauf eingestellt habe, dass ich aufnehme, aber äh, ich sehe eh keine Gegner, also. Wo ist er, wo ist der Wichser? Ohne Witz. Er ist los, put ihr weg. Echt? Ja, der steht schon fast hinten bei seinem Turm. Ey, mach mal kurz meine Grafikeinstellungen runter. Auf einmal stand da Olaf. Ja, vor allem, ich sehe auf einmal nur noch eine Axt da liegen, nur ohne Olaf. Ähm, ähm, ähm. Gehen wir hier mal runter, gehen wir mal auf Medium. Ich hoffe mal, das fickt jetzt nicht die Grafik zu hart weg, dass das richtig scheiße aussieht. Hoffentlich. Jetzt habe ich kurz Standbild, da ich halt wie gesagt die Grafik runterdrehe. Boah, hier ist die Katharina im Busch. Die haben eine Katharina? Ja. Ich weiß echt nicht, was hier gerade passiert, was hier gerade los ist. Hier steht da im Busch rum. Es läuft nicht wirklich flüssiger. Ich habe 16 FPS in-game. Das ist nicht toll, aber ich sehe keine Gegner. Also was soll ich denn mit FPS? Ich spritze da jetzt mein Zeugen. Ja, 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 ja. Gold Arrow has slain unknown. Ey, Leute, das... Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe 3000 LoL-Games mindestens schon gemacht in meinem Leben. Und ich hatte so eine Scheiße noch nie. Ich finde das total faszinierend. Übrigens, warn mich, wenn Olaf kommt. Ich sehe den nicht. Ich sehe nicht mal, wie ich den Minions Schaden mache. Die haben dann einfach noch so viel Leben wie vorher. Ich meine, hallo? Was? Ich kann nicht mehr. Ja, die Katharina kommt hier, ne? Haben die eigentlich was geschrieben im Chat? Ja, Katharina hat... Boah, ich bin tot. Ja, okay, außer... Wie, du bist tot. Wieso bist du tot? Ich sehe nichts, Alter. Scheiße. Scheiße. Wenn er jetzt gleich... Alter. Was macht die Caitlyn da? Wo sind denn da Gegner? Ja. Ich sehe keine Gegner, mein Freund. Es steht jetzt einer vor mir. Oh fuck, da war der komische Nasuspell. Steht da einer vor mir? Niemand, also... Ich werde gleich mal reconnecten, sobald ich mal irgendwie backgehe oder so, aber ich bin gerade einfach nur so gemeinfuckt. Der steht doch jetzt hinter mir, der Wichser. Ja, so ungefähr. Wow. Ich glaube, das ist das Lustigste, was ich jemals in League of Legends an Bugs erlebt habe. Es ist einfach unglaublich. Händest du dich an den einen Fiddlesticks, der einfach über die Wand der Olaf umgeht? Scheiße, auf den Fiddlesticks, ich habe hier fünf unsichtbare Gegner namens Unknown. Der Olaf läuft hier die ganze Zeit mit mir rum. Wie? Wo ist der Olaf? Der war hier gerade. Vor allem, ich finde nicht, dass der auf einmal neben mir steht und ich kriege so eine Axt ins Gesicht. Ah, guck mal, der ist mir da. Ah, guck mal, ich sehe nichts. Ich schicke euch das Video, das ist dann mein Beweis, wenn ihr mir das nicht glaubt. Aber ich sehe wirklich keine Gegner. Da ist ein Wad gestimmt, die Wad, die sehe ich. Ah, du. Ich sehe nichts. Ich bin zum Glück sehr stark. Ich bin mal. Irgendwas hat mich gerade... Irgendwas greift mich da an. Irgendwas greift mich an. Ich habe das nochmal ein Hulti. Random Wars. Scheiße. Stopp machen. Fuck, haben die Gegner irgendwas geschrieben? Äh, nein. Nein, nur... Alter, ich meine... Das ist das Trolligste, was ich jemals in meinem Leben in League of Legends erlebt habe. Ach du Scheiße! Der steht ja hinter mir! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh Gott! Selbst wenn ich auf Tab drücke, die untere Seite ist einfach leer. Da ist nichts. Wirklich nichts. Katharina schreibt, why? Bei mir wird angezeigt, dass Katharina in unserem Team ist. Ich hab doch... Eigentlich wollten wir die Gegner trollen, aber als wirst du getrollt von den Komplettens. Da kommt Nadel. Zum Glück sehen wir Gegner. Wenn wir nicht mal Gegner sehen könnten, dann wär's richtig scheiße. Ach du Scheiße! Bei mir wird Katt... Loll, Loll, Roffel, bitte! Ich finde das immer so geil. Oh mein Gott. Joroxo has slain unknown. Oh nein. Hey, wir haben trotzdem null Kills. Ach du Scheiße. Denk dran, schrei, wenn Gegner kommen. Schrei einfach. Lol. Oh Gott, Alter. Marcel, du bist auch nicht betrunken. Nein, nein, ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke, wo ist der? Ich sehe die Axt. Jetzt, jetzt denken wir, die Gegner in den Varsch sehen wir. On my way. Oh, zack, nein. Nein. Das war Katarina und Ola. Ein Wunder, dass du noch nicht einmal gestorben bist. Ja, die Fans werden überbewertet, die brauchen doch keine Sau. Hauptsache, die Effekte sind so gut. Ich mach das jetzt. Ich lass das so lang, bis ich einen Kill hab. Einfach mal so. Das wär... Das wär einfach der größte Troll. Sorry für die schlechte FPS, aber es ist einfach unglaublich geil. Leon, Cupra, Slain, Unknown. Dann ist da so ein blauer Kreis. Blauer, kein roter. Nein, der ist blau. Wie gesagt, bei mir sind auch alle in unserem Team. Ist eigentlich Nasus da? Ja, der kriegt direkt beim Tower neben dir. Was passieren, wenn ich den anpinkt? Ich? Achso. Nee, bei mir wird nicht angezeigt, dass du ihn angepinkt hast. Wo ist der? Der läuft direkt hinter dir. Ach du Scheiße! Jetzt ist er weggelaufen. It's nearly time. No. No. Einfach nur, no. Ich weiß nicht, Leona. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich kann ihn nicht mal auswählen. Ich kann nicht meins nichts klicken. Egal. To shake or not to shake. Oh, nee. Fail. Ich habe auch lustige Grafikfehler gerade. Also ich weiß nicht, abzutut nicht. Ja, die Katharina kommt. Was? Wo ist die Katharina? Ach du Scheiße! Ach du Kacke! Ach du Kacke, wo kommt der Damage her? Vor der Katharina. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Wie lockt ihr eigentlich? Ich glaube, der Nasus fühlt sich jetzt gerade so richtig geil. Ich weiß nicht, was hier wirklich steht. Jetzt weiß man eigentlich... Da heilt sich mehr als den ich Schaden mache. To shake or not to shake. Da kommt Nasus. Der ist ja wieder, ne? Der ist ja wieder. Stirb. Nach oben. Nach oben laufen. Stirb. Da ist die auf K. Wo ist der? Bei da unten. Ja, der ist schneller als du. Wo ist der? Der ist direkt hinter dir. Da. Direkt da. Das ist bei mir. Iroxa is slain unknown. LOL! Da ist Katharina, oder? Oh ja. Ich mache Ulti an. Ich laufe. LOL! Da ist irgendwas neben mich geflasht. Oh Gott. adviser. In der Unten in den Drive-Wert. LOL! Nein! Oh mein Gott. Ach, wo war mein Schild. Äh, rechts! Au! Nein, nee, nee, das ist nicht lang, wo der Wort steht. Ich stehe da jemand drin, oder was? Das ist nur Nasus, nur noch nicht. Ach so. So muss jetzt zehn Leben. Nein, Alter, das ist viel zu viel Ey, was geht hier ab? Das sind die Grafikeinstellungen Von Gammelig, wenn man die bei League of Legends runterstellt Du siehst schon die Minions, oder? Ja, die Minions, die sehe ich Ich habe 51 Last Hits Das ist kein Problem, also Gut, das sind jetzt nicht viele Last Hits Das ist eigentlich voll Gammelig, aber Ich bin einfach nur so gemeinfuckt von diesem Moment hier Und was da gerade eigentlich los ist Ich kann nicht mehr Das ist einfach so Ich kann nur hitten passiv, wenn so eine Champ-Aufstellung genau passt, dann kann Sinch kein Gegner mehr sein Du siehst Dann hast du es genau bei mir Fick dich, Alter, ich sehe dich nicht Er ist genau bei mir, Digga Das ist Olaf auch noch da Fuck, ich habe nur die Axt gesehen Lauf einfach durch, lauf Ich versuche es hier zu slown Ist die da jetzt noch irgendwo? Ja, ja Ach du Quacke Du läufst dir voll entgegen Oh nein Andere Richtung Siehst du wenigstens die Surrender-Anzeige? Ja, ja, aber ich will nicht aufgeben Leute Das ist viel zu geil gerade Die kloppen auf den Tower drauf, oder? Aua Oh ja Ich glaube, nämlich hier ist das die Game Announcement, nein On Turret Die On Turret Die Your Team Unknown Was? Game Announcement On Turret Die Your Team Unknown Was? Oh Mann, ey, der Loll ist einfach nur voll am Arsch Oh, ist das krass Oh Mann, Minion Oh Mann, Minion Oh mein Gott Weil wenn die Deutsch wären, dann könnte ich das Ding immer auf Deutsch machen Oh, ich gehe mal kurz vor Oh, das ist schon mal sehr gut Oh, das ist schon mal sehr gut Oh, das ist nicht sehr gut Oh, das ist schon mal sehr gut Oh, das ist schon mal sehr gut Da wird Jungle denn ein So, Olaf, na klar Oh Gott, Haupt Jungle Boots, Gerd Ich sollte hier weg I hear you Das werden wir nie davon erfahren Doch ich will dich, ich will das, hier ist es nicht Ich will, dass die das sehen. Ja, aber wie willst du den Link schicken? Ey, ich sag denen meinen Kanal oder so. Ah ja, ja, stimmt, ja. Ey, das ist Korki. Wow. Wie viel Uhr haben wir? Oh mein Gott, ich sterbe. Ähm, 21 für 46. Boah, vielleicht schaffe ich das noch. Es ist Lane Unknown. FK, fick dich, Caitlin. FAKE Dich. Alter. Die ist nicht gerade irgendwo ein Gegner? Nee, bei dir nicht. To shake or not to shake. Also wenn ich auf 0... Oh Gott, da ist Leona, oder? Ja, Leona. Was ist jemand da? Ich laufe einfach mit deinem Gift. Bei der Runde, rechts an die Wand. Ich bleib jetzt einfach hier und mach die mich. Hatte irgendwie Angst. Da kommt Rola, 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 Rola. Wo, was? Aber der, der... Aber der ist... Ach du Scheiße. Aber der ist irgendwie so... Du leust einfach so neben Olaf. Der ist aber irgendwie so nett, dass der dich nicht so gleich umbürst. Ah! Leu! Leu, deine Hand ist gerade in der Luft stecken geblieben. Was ist jetzt nicht geblieben? Deine Hand! Oh Mann, ey. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Bei uns einfach. Ich hab ein Assist! Ich hab ein Assist! Ich... Ey, das... Game announcement on Charity, your team unknown. Alles klar, danke für dieses sehr wichtige Informationsspiel. It's nearly time. Warum rennst du weg? Da ist nicht so völlig ein Gegner oder so. Äh, ich wollt's ähm... In der Mitte, der ist doch so viel in der Mitte geblieben. Oh, da ist Olaf. Wo? Der ist direkt vor dir. Das war doch ein Corki-Spell, oder? Oh nein, fuck. Fail. Aber der kann ja gar nicht mehr. Wo ist er? Hinter dir ist Corki. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Alter, was geht dir gerade ab, ey? Ach du Kacke! Ach du Kacke, wo kommt der Damage her? Ach du Kacke! Hilfe! Alter, was ist denn der Party geht hier gerade ab? Ich weiß es gerade selber nicht. Moment, also jetzt starte ich das Spiel neu. Oh, mein Gott. Your team needs you. Nein! Ja, Ron! Oh, fuck! Nico, komm, weg! Nico, was machst du da? Warte mal, was ist das für eine Meldung da? Oh, Gott. Wenn ich jetzt Leave Game drücke, hoffe ich, dass es... Ja, die bin ich auch, die bin ich noch. Nein! Ach du da! Keine Ahnung. Leute, das war jetzt an... Leute, da steht sogar bei Goldbonus an.